Herzlich willkommen zu Essen und Trinken. Die Krise hat jetzt auch den Küchentisch erreicht. Seit vergangenem Herbst sparen die Deutschen am Essen und kaufen lieber Fertigsuppen. Deren Umsatz ist um 50% gestiegen. Aber auch andere Fertiggerichte finden reißenden Absatz. Klar, alle sind gestresster, haben weniger Zeit und wollen nicht lange am Herd stehen. Aber wie frisch sind Fertiggerichte und was steckt da alles drin? Das ist unser Thema heute. Und als Appetithappen bekommen sie gleich ein extrem Fertiggericht. Fertiger geht's gar nicht, denn das Essen kommt aus einem Automaten. Klingt nicht verlockend, ist aber für Genießer gedacht. Gönn dir was Echtes. Echte, solide Hausmannskost? Aus einem Automaten? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Die Idee, schnelle und frische Menüs auf diesem Wege an den Kunden zu bringen, hatten drei mittelständige Unternehmer aus Heroldstadt bei Stuttgart. Im vergangenen Jahr brachte Metzgermeister Hans Dietz den Stein ins Rollen. Wieso nicht auf Verkaufsautomaten setzen? Hier, in einer der Metzgereien des Familienunternehmens, begann die Geschichte der Genussmenüs. Hausgemachte Gerichte wurden hier bereits in den 50er Jahren über die Ladentheke verkauft. Sie schmeckten den Kunden so gut, dass immer mehr kamen, um hier zu essen. Verpackung und Herstellung wurden nach und nach modernisiert und die Küche vergrößert. Aus der Traditionsmetzgerei wurde so auch ein Fertigmenühersteller. Hans Dietz nahm Metzgermeister Stefan Strommeyer mit an Bord und baute eine Großküche auf. Gleich in der Nachbarschaft von Automatenhersteller Gerholt Stüver. Hans Dietz kaufte bei ihm einen Kaffeeautomaten für den neuen Betrieb. Und da hat er gesagt, ich mache Menüs, kann man die auch in Automaten verkaufen. So war es angefangen. Das war einmal das Urgespräch. Und dann habe ich leider nichts mehr gehört. Und ich bin schwanger gegangen. Und Herr Strüver hat sich damit beschäftigt. Und dann hat er irgendwann erzählt, er hätte einen Automaten. Na, ich denke, der Automat, der kühlt und der macht warm und der macht das Essen fix und früß. Hat sich alles toll angehört, gell? Warme, hausgemachte Butterspätzle aus dem Automat. Hört sich wirklich gut an. Gesagt, getan. In dieser Großküche werden sie zubereitet. Und rund 20 weitere Genussmenüs. Trotz der Großproduktion, Betriebsleiter Michael Kemmerling setzt auf regionale Zutaten. Wir haben hier nur frisches Gemüse bei uns aus der Region, das für uns zugeschnitten, zubereitet wird, frisch angeliefert und im Tagesrhythmus auch verbraucht wird. Auch Eier und Fleisch werden von Landwirten aus dem Umland angeliefert. Man bleibt bei seinen Wurzeln. Küchenchef Stefan Herber lässt uns in die Töpfe schauen. Hier wird noch von Hand gekocht, nach Traditionsrezepten. Darauf legt Chef Hans Dietz großen Wert. Man nimmt sich Zeit, selbst zum Anschwitzen von Zwiebeln und Speck. Wie bei Muttern. Schonend gegart, um so schön saftig zu bleiben, wird der traditionelle Braten. 6 Stunden, auf 90 Grad und dann ist das gleich voll raus und von innen gleich weich. Und dann sind wir, ja, zart einfach. Die Schnitzel werden von Hand mit Marinade bepinselt. So, jetzt müssen wir Brühe holen aus dem Kessel, oder? Sogar die Brühe wird selbst hergestellt. Die Spätzle nicht, kommen aber aus der Region. Und was gibt dem Eintopf die dunkle Farbe? Acedo Balsamico. Die gute italienische. Keine Farbstoffe, keine Geschmacksverstärker. Nur frische Zutaten kommen bei Stefan Herber in die Töpfe. In dieser Halle wird abgepackt. Vorbei mit Küchenromantik, hier arbeiten Maschinen. Empfindliche Zutaten, wie hier die Wiener Würste, werden sorgfältig dazugelegt. Die Verpackung unter Schutzgasatmosphäre verhindert das Wachstum von Bakterien und Schimmelpilzen. Auf Konservierungsstoffe kann verzichtet werden. Noch einmal kurz erhitzt und jetzt sind die Gerichte bis zu 28 Tage haltbar. Wenn sie im Kühlbereich des Automaten gelagert werden. Bis sie einem auf Wunsch gekühlt in die Hände fallen. Oder für circa zwei Minuten in die Mikrowelle geschickt werden, um erhitzt herauszukommen. Bisher stehen die Automaten mit dem Essen der schwäbischen Metzger in zwölf mittelständigen Betrieben. Schwerpunktmäßig rund um die Urverpflegung. Betriebe, wo es heute zu klein ist, eine Kantine zu betreiben. Ein guter Service für die Mitarbeiter, die sich lange Wege zu Restaurants oder Imbissbuden sparen. Die Sparkassenangestellten machen den Test. Schmeckt das aufgewärmte Essen tatsächlich? Gericht auswählen, warten und nach zwei Minuten ist die Mahlzeit fertig. Appetitlicher ist es vom Porzellantäler. Also das ist gut, ich sage, es ist speist, geschmacklich einwandfrei. Und so ein Gericht, das mag ich ohnehin, kann man, ich sag mal, also passt. Völlig prima. Sehr gut. Schmeckt absolut klasse. Gute Temperatur, gut gewürzt. Höchstens 5 Euro kostet ein Gericht. Die meisten hier finden das in Ordnung. Da zahlt man ja 6 Euro, 7 Euro zum Teil. Also das ist dann schon ziemlich günstig. Ein Automat als kleinste Kantine in Deutschland? Die Alternative zum Fastfood um die Ecke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.